Das Bermuda-Traik bedeutet Natur, nette Menschen und Entspannung. Das Besondere ist, die Wege sind super kurz, wir sind direkt am Wasser und wir haben keine Dauercamper. Hier kann man einfach mal 5 Grad sein lassen, die Seele baumeln lassen, entspannte Zeit haben. So sieht das aus, sehr schön hier. Klein und fein und was zum Paddeln und man kann sich ausruhen, es gibt was Leckeres zu essen und auch frisches Bier, wenn man möchte. Unsere Pläne für die Zukunft sind der Ausbau des nachhaltigen Betriebs, so zum Beispiel im nächsten Jahr eine neue Solaranlage. Bei uns kann man einfach und schnell online buchen und sieht direkt alle Verfügbarkeiten.